Ach du Scheiße, wieso? Outlash Zocker Ne, viel war's, das ist kein Random Call, ich werde verfolgt und habe sehr viel Angst Gippi ist gerade frisch in Armory vor meiner Nase umgefallen Es war aber kein Warlock, dafür war ich noch zu weit weg, es wird ein Vampirwiss gewesen sein Gippi, wieder zu früh Der Kill ist keine Sekunde alt Ja, ist ja auch richtig, wie ich gerade gesagt Franzi wollte mich auch gerade umbringen Ne, ich wollte gucken, ob du Jakar bist, wenn du einen Sidekick machst, hast du aber nicht gehört Du bist viel zu brutal Franzi, Sidekick, lass wohnen Knecht ich den Record oder war Record gerade noch, wer war noch oben im Record? Ich, ich Und wer ist gerade in Toilets langgelaufen? Das war auch ich, ich stehe gerade bei dir am Download Okay, dann bist du nach rechts gelaufen, okay, ja gut Das passt Nein, wechsel ich, weiß nicht Der muss ja von unten gekommen sein oder kam der bei dir mit Gippi? Warte, was? Gippi war in Armory oben, also vor dem Akkarttisch Ja, ja, ich Ich habe nicht gesehen, von wo er kam, er ist umgefallen, als ich ihn gesehen habe Okay Er ist in meinem Lichtkegel umgefallen Also er ist nicht durch Küche gegangen, weil das hätte ich ihn gesehen So zu verstehen, welchen Skit Dalu hat Das ist ein Elf Eine Elfe Das ist eine Elfe? Ja, das muss man auch dran schreiben Manche, bei manchen sieht man das ja nicht Legolas nennt sich das auch Lange Ohren, Bogenschütze, lange blonde Haare, eine Elf bin ich anders dargestellt Das ist Legolas Das ist Legolas 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 Also Nefi ist es, oder was? Nefi ist es schon wieder? Was hat er gemacht? Der gekillt Oh mein Gott, Nefi, ich kann nicht glauben, was du getan hast Nefi, das stötet Menschen Nefi, das stötet Menschen Da bin ich aufgepasst, das hat Dalu nochmal erzählt Moment, ich sehe aus wie Matteo, warte mal so Nein, was? Ja, dann auf jeden Fall Also Nefi, oder was, Dalu? Ey, wenn ich jetzt fliege, ne? Dalu, sollten wir Nefi abladen? Aber ich sag jetzt zwar, dass ich ihn nicht wohn, aber ich bin ja böse Achso Ich skip Ich auch Oh Oh Da wollte jemand Dalu loswerden Knappe Geschichte Dalu, was ist hier? Danke, wer auch immer das war Traurige Geschichte, würde ich noch verstehen Wer auch immer Mein Kollege konnte ja einen uns im Kind Er ist ruppern Okay Wir machen das Besuch Und Ich bin Ich bin Du Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ach, du bist doch wieder Imp. Warum bist du immer Imp, wenn ich Spy bin? Ich hasse das. Jetzt hat er gecheckt, ob ich den Download wirklich mache. Da, hallo? Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich habe jetzt Juli hinterher. Ich bin ein Scheiß-Imposter, verzieh dich. Ach, verzieh dich doch. Er geht mir so auf die Eier. Geh doch einfach. Er ist halt sowas von Imposter. Ich bin wie ein Spion jetzt im Wind. Passiert was? Mein Dalu ist mir ja die ganze Zeit hinterher gerannt. Er konnte ja nichts machen. Können ich die? Nein! Ich muss schon die Tast machen. Knechti ist der andere. Knechti und Dalu. Mein Call ist Knechti und Dalu. Mikrofon aktiviert. Ähm, Baloui ist tot. Und das muss... Also das ist nicht lange her, weil ich bin an den Toiletten an Baloui vorbeigegangen, Richtung Lifeline. Hab dann gesehen, dass er tot ist, zusammen mit Dalu. Und ich wusste ja jetzt, wo er liegt, weil ich ihn ja gerade noch gesehen habe. Das heißt, der Kill ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht acht Sekunden alt oder so. Ja, ich war bei Lifelines auch vor zehn Sekunden oder so und da war noch niemand tot. Richtig. Ehrlich. Das ist dazwischen passiert. Also, Judy kann Dinkel nicht gemacht haben. Aber die andere oder was? Ne. Also, da kommt jemand ganz gut in Frage und zwar jemand, der dreimal die Runde durch Cargo gelaufen ist und nur im Kreis sitzt. Sagen wir bitte, das ist Knechti, weil der... Nee, Knechti war links oben. Aber Knechti hat auch eine Fitbit mittlerweile an und möchte Schritt zählen. Der ist auch die ganze Zeit am Laufen. Ich versuche, ich versuche das nicht zu sein. Du hast keine Tast gemacht und der Balken ist viel zu weit dafür. Das müssten alles deine sein. Okay, was machst du so? Mhm. Also, ich bin durch mit Tasks, by the way. Also, ich war in Cargo. Mach eine Task. Vex rennt das erste Mal an mir vorbei. Dann bin ich Lifeline. Vex rennt an mir vorbei Richtung Cargo. Er hat eine ganze Runde gedreht. Dann bin ich irgendwann Electric, mach meine Cars. Kommt Vex wieder von oben Richtung Cargo. Hat eine dritte Runde gedreht. Der ist dreimal im Kreis gelaufen. Die ganze Gegend. Ich habe Archives gemacht. Ich habe die Wäsche aufgeräumt. Ich habe den Safe gemacht. Im Leben. Und ich habe downloadet. Und er hat beim Klo alles aufgemacht. Wo war dein Download für deinen Upload? Es sind nur zwei Kids gefallen. Wo war dein Download für deinen Upload? Es sind nur zwei Kids gefallen. Nur eins. Ich weiß, in welchen Reihenfolge ich das wo gemacht habe. Das war am Anfang der Runde. Okay. Ich bin um vier rumgekommen. Ich weiß nicht mehr, wo du deinen Download gemacht hast. Aber du sagst, du hast deinen Download gemacht. Also ich habe links unten den Download gemacht. Den Download links unten. Links unten ist kein Download. Links unten ist kein Download. Links unten ist auch ein Download. Achso, der Download. Ja doch, da ist es. Stimmt. Ja, ich weiß nicht, was er meint. Ja, aber er hat sich trotzdem reintreten lassen. Wenn er es gar gemacht hätte, wäre er drauf stehen geblieben. Ich kenne mich doch. Ja, das ist zum Bild. Wer hat eigentlich nicht ausgemacht? 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 Weil wir haben scheinbar einen Engineer? Ähm, ich weiß nichts von dem Engie. Dankeschön für den Hater bei der Welt. Also du willst jetzt wissen, wer Engineer ist? Nein! Ist das jetzt die Frage? Ich will wissen, ob ich es nachher claimen kann. Ich muss meine Tasks halt noch fertig machen. Knechti ist gerade sehr lange neben mir stehen geblieben. Dalu hat mich zu lange gechased. Das war weird. Vielleicht ist er auch Arsene. Irgendwann Arsene passt nicht. Schnell machen, bevor Dalu das sieht. Dalu hat mich nämlich schon... Natürlich. Hoffentlich ist er eben... Bitte lass ihn Imp sein. Er killt mich jetzt. Mikrofon aktiviert. Wer ist das? Alte Imp. Der ist gerade mit Knechtin. Oh nein! Wo liegt Items dann? In der Engine Room. Eieieiei. Ja, okay. Ich war gerade links unten im Kitchen. Da habe ich Knechti, Items und Franzi rumlaufen. Das wird Franzi nach rechts gelaufen. Und Knechti und Items nach oben gelaufen. Nee, Knechti steht auch bei mir in der... Also der Geschick Hems. Oh, dank Gott der Herr. Wait! Dann haben wir Papier. Oder sowas. Ja, habe ich doch in der ersten Runde mit Gibi schon gegault. Ja, aber das raubt man nicht so ganz. Ich bin gerade im Meeting Room und habe drei Aufgaben oben. Mhm. Ich bin im Cockpit. Also eigentlich ist es eh wurscht. Wir sind sieben Leute, Tars sind fast fertig. Aber theoretisch sind das alles Wext-Tars. Möchte ich kurz anmerken. Wext. Na, so schnell wie die Leiste folgt, glaube ich eher nicht, dass... Ja genau, das glaube ich dann auch nicht, dass das Wext-Tars. Ich bin einfach am chillen. Wie kannst du denn entschieden sein, wenn die Tars fast fertig sind? Dann kannst du keine Ahnung weg. Du hast keine Tars. Du kannst Jester sein oder bist böse. Auf jeden Fall noch genau denken. Ach ja? Okay, ja. Müsst du was sagen? Vielleicht nicht, ja? Deshalb hast du gesehen, dass ich nach oben gerannt bin und nicht nach rechts. Vielleicht hab ich nicht so grad bist. Warum hat Franzi umgedreht? Wieso ist mein Download noch nicht fertig? Hatte ich den nicht schon gemacht? Ich wurde betrogen. Hab ich den zu früh ausgemacht? Ich wurde beschissen. Da muss ich komplett runterlaufen. Mikrofon aktiviert. Kill ist sechs Sekunden alt. Dann rein. Da hat Wext. Boah, der Knecht, die kamst du grad nicht aus. Wo war der Muskel? Wext. Du stehst jetzt im Rampenlicht. Wo ist die Leiche? Und klärt erstmal wo ihr alle seid. Ich bin wieder im Meeting-Room oben. Ich bin grad bei Lifeline und hab Knechti rauslaufen sehen, bis da ein Lifeline gelaufen ist. Es ist interessant, dass du mich gesehen hast, Wext, weil ich hab dich nicht gesehen. Ja, weil ich glaub auch, nehm ich das, wo ist der Kerl? Electrical Knechtiverse. Ja, exakt. Was? Das ist für mich safe. Ich war am Lifeline. Okay. Knechti kam rausgelaufen. Franzi steht auch in der Nähe, hab ich gesehen. Der war Camps. Ja, ich bin Camps. Franzi steht an Camps. Aber ich verdächtige Knechti schon seit Runde zwei, weil ich bin Spy und wenn ich jetzt sterbe, habt ihr wahrscheinlich die Bestätigung. Knechti stand einmal sehr lange vor mir aus ominösen Gründen und dazu, weiß ich nicht. Ich will anmelden, ich war nochmal in der Meeting-Room und Divi und Vex waren dort und sind dann gemeinsam weggegangen. Ich dachte nämlich auch erst, es kann aber auch sein, Dalu ist mir einmal extrem lange hinterhergelaufen. Ich dachte erst, Dalu ist ein Imposter und hat gecheckt, ob ich Spy bin. Okay, also scheinbar darf ich mich nicht wehren. Du wirst halt in solchen Zeiten nicht alleine rumlaufen. Doch, doch. Jetzt werde ich. Du hast noch 50 Sekunden. In dem Augenblick, wo wir, wir standen doch zu dritt in der Vault. Franzi, du und ich. Nein. Und Franzi ist doch... Ich stand oben mit dir. In der zweiten Runde. In der zweiten Runde. Ich stand nie mit euch allein in der Vault. Ja, doch. Und Franzi ist nochmal so ganz komisch auf dich raufgesteppt. Deshalb bin ich dir hinterhergerannt in den Meeting-Room, um zu gucken. Das ist recht. Also ist jeder verdächtig oder was? Was ist denn? Für mich sind es gerade weg und Divi, weil ich sie halt zusammen gesehen habe. Mehr habe ich nicht. Aber ich bin einfach nur wieder zurückgegangen. Ich habe meine Task halt gemacht. Ich bin auch davor die Runde schon mit dir im Meeting-Room gewesen. Da habe ich erst die Müll-Task gemacht und musste dann die andere machen. Hinten mit der Nummer. Da war ein Meyer-Road bei. Da war ein Meyer-Road bei. Da war ein Meyer-Road bei. Ich bin wieder hochgerutscht und dann wieder runter. Das hat Franzi an Camps auch gesehen. Gute Arbeit, Crew. Hm. Also die Story, die Knechti da aufgetischt hat, die ist nie passiert. Also ich war nie in... Ach, der meint da. Nee, das fand ich ja mega weird. Warum solltest du mir hinterherlaufen? Weil ich vermute Knechti war Killer. Wenn Wechsels war, dann GG. Aber der andere... Imposter... Denkt jetzt... Nicht, dass ich Spy bin. Komm, sei die letzte Task. Oh. Was ist hier? Was ist hier? Ich hab nicht auf die Leiste geachtet. Sorry Knechti. Du warst nur dafür da, um mich als Imposter zu prove. Oh Franzi, ich hab die Kleine noch gewissen. Ich hab nicht auf die Leiste geachtet. Ich hatte glaub die letzte Task eben. Wusstet ihr, dass ich Spy bin? Oh Gott. Ich hab's dir dann geglaubt am Ende, Nisi. Und guck, ich wusste, Stevie und Wechsel. Ihr seid zusammen rumgelaufen, ihr. Nur einmal. Das war tatsächlich nur einmal. Sorry Knechti. Die einen musste ich schmeißen, damit die mich nicht killen. Ich hatte so ein Bauchgefühl bei euch beiden. Ich hab euch beide auch in den Records rumlaufen gesehen. Und Dalo war böse, deswegen ist er mir so lange hinterhergelaufen. Nein, ich glaub da, wo ich hinterhergelaufen bin, war ich noch gut. Ach, da warst du. Okay, da warst du. Dann bin ich, glaub ich, Juli lange hinterhergelaufen. Ja. Und als ich Baloui gesehen hab, wurde ich zum Psych. Das war echt ganz knapp, ne? Drei Sekunden und wir hätten gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.